Hallo und herzlich willkommen bei RedDogCampbell, ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Titan Shop, äh Shop Titans, Entschuldigung, so war es. Ja, darf ich mal schnell starten, voll mit reinmachen und warten, da bin ich schon, er wartet immer noch, wie lange wartet er schon. Ähm, füttern, verlassen, dann haben wir jetzt noch, oh hier, ein Geschenk. Und dann noch ein Geschenk. Komm. Einmal drehen. Komm. Jackpot. Geh nochmal drehen. Oh so. Oh. Wo verbrauchst du eigentlich die Punkte? Jaaa Nein Eis Gut, 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 gut Ähm, da gehts lang Zurück im Laden Hoppla, Zuschlag kaufen Ähm, Charakteren Oh, was? 250.000? Juwelier Boah Ich muss fertig Die hier Oh Ähm, zurück in der Stadt WDR Ok, dann zur Quest, wir brauchen die immer noch. Geht erst ab Level 8 bis 10 Minuten. Um die Schnauhe zu nehmen. Ein Schnauhe. Sieht aber schön aus. Ups, oh ja, was soll ich jetzt? Nein, was? Ich bin doch schon Level 18. Oh, da meinte die Charaktere, mit denen ich die Quest angreife, ne? Hm, ich denke. Und dann gehen wir plaudern, zuschlag verkaufen und zweimal. Ja. Oh. 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 und verkaufen. Was bedeutet das hier? Sechs Stück davon. Eieiei. Ich weiß es nicht, ist es ein bisschenrohr. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen zu tun. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, dass wir die Angaben machen. Das. Dieser Ding ist mir klar. Das ist ein bisschen zu verordnen. Ich meine, das war so großartig, dann krieg ich doch nicht fertig mensch wirst Oh Okay, oh nein. auch eine logik ich möchte ein schwert haben ich kann ja was besseres geben und diesen Trank Ich habe nichts, nur Stöcker und Schwerter. Ok, 17, 18 und den T wieder. Wer will den Stock haben? Gott sei Dank. 30 mittlerweile. Eieieiei. Warte mal, ja. Noch zwei Minuten. Ich kann noch einen Fertigungsplatz dazu bauen. Hm. 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 hier noch was mit holz was ich angefangen habe zurück fertig Ah, der ist am Ende angekommen. So sieht das aus. Nice. Kann ich ja doch noch paar Stücke herstellen. Okay. 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 Ich bin zu niedrig. Ich könnte mein Laden erweitern, was ich gerade machen wollte, aber es ist ja noch nicht mehr alles voll. Das war ein Schwerter. Das wird auch ein Schwerter haben, stimmt. Und jetzt ein Schwerter, der möchte ein Deutsch eigentlich haben. Ich bin zu niedrig. Ich bin zu niedrig. Ich bin zu niedrig. Ich bin zu niedrig. Ich bin der da hin. Hmm. Oh, es dauert auch 1 Minute 40. Trick-Karaktäre. Ender-Stand. Ah, nee. Hier. Der. Oh, leicht. Gegen den Boss kämpfen. Hm. Wollen wir es trotzdem riskieren? Ich möchte ja das ja... 6K auf. 1 Stunde unterwegs. Ah, scheiße. Mist. Zum Laden zurück. Oh, blau, dann ziehe ich auf. Okay. Hm, nicht Gold. Nice. Das dauert ein bisschen. Das dauert ein bisschen. Oh, man. Aufstocken wird produziert. Noch ein paar Sekunden. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Okay. Das habe ich doch ausgebaut. Das habe ich doch ausgebaut. Das habe ich doch ausgebaut. Das ist doch nice. Das habe ich doch ausgebaut. Das habe ich doch ausgebaut. Das habe ich doch ausgebaut. Okay. Alles anzeigen. Reparieren. Reparieren. Mit Gold reparieren. Ach, da brauche ich Premium Account für Diamanten reparieren. Tut mir leid, dann muss ich dir eine neue Rüstung machen. So, aber ich würde erstmal sagen, das war's für heute. Ich werde noch schnell hier mal zwei Schwerter produzieren. Und den nochmal basteln. Basteln. Das war's für heute. Ich werde das Spiel beenden. Dach. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.